Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir Ihnen einen Tipp, wie Sie abwechslungsreiche Festmenü auf den Tisch zaubern können, ohne dass Sie lange in der Küche stehen müssen. Probieren Sie doch mal die feinen Quick-Fleisch-Spezialitäten von GOP. Zum Beispiel Quick-Schüffel. Sie sind schon fix fertig im eigenen Saft gekocht und darum dann zu Hause sehr schnell zubereitet. Nach 5 Viertelstunden im heissen Wasser nehmen wir das Quick-Schüffel aus der Frischhaltepackung und schneiden es in schöne, saftige Trangen. Das geht sehr leicht, denn Quick-Schüffel von GOP sind ohne Bein. Diese Quick-Fleisch-Spezialitäten gibt es bei GOP in einer sehr grossen Auswahl. Und denken Sie daran, Sie sind in Preis und in Qualität eine exklusive GOP-Leistung. Übrigens in der GOP-Festtagszeitung, wo Sie die Woche im Briefkasten bekommen haben, hat es allerlei gute Rezepte. Zum Beispiel, wie Sie so ein Rollschinkli aus einem grossen GOP-Angebot in einem schön knusprigen, goldbraunbachenen Brotteig servieren können. Und für das Festdessert haben wir Ihnen noch etwas ganz Exotisches. Bei GOP gibt es das Wochenende, das heisst also morgen, am Freitag und am Samstag eine grosse Ananasaktion. Wir möchten Ihnen jetzt gerade zeigen, wie Sie so einen Ananas richtig aufschneiden und servieren. Die ganze Ananas wird mit Sand der Blattkrone der Länge nahe geteilt. Und jetzt trennen wir mit dem Messer das Fruchtfleisch von der Schale. Dann schneidet man kleine Schnitze und tut sie schön dekorativ präsentieren. Und so wird die Ananas auf originelle Art serviert. Probieren Sie doch einmal die exotische Spezialität. Frische Ananas von GOP für Sie geholt aus der tropischen Sonne. Tja und jetzt danken wir Ihnen, dass Sie für uns Zeit hatten. Wir wünschen Ihnen noch recht schöne Festtage. Grüezi miteinander. Suchen Sie für die Festtage noch einen leichten Vorspeis, der nicht viel Arbeit gibt und doch attraktiv ist. Hier ist das Rezept. Gravetten an einer Kiwisauce. Für sechs Personen nehmen wir 300 Gramm frische oder ein Paket tiefgehlte Gravetten. Wir brauchen sechs Kiwi. Sie werden geschält und drei davon püriert. Mit fein gehacktem Peterli, Senf, Salz, Zucker, Cayennepfeffer, einem Esslöffel Sojasauce und einem Deziliter saurem Rahm vermischen wir die Gravetten. Jede einzelne Portion wird auf einem schönen Salatblatt angerichtet und mit der restlichen Kiwi garniert. Das feine Rezept finden Sie in der GORB Festtagszeitung. Ich wünsche Ihnen eine recht schöne Feiertage und einen guten. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GORB 1 Liter Traubensaft, rot oder weiss, statt 1,80 nur 1,60. 1 Liter Öpfelsaft, hell, statt 1,20 nur 95 Rappen. 250 Gramm Bär Camembert, statt 3,50 nur 2,90. 200 Gramm Suprême des Ducs, statt 3,90 nur 3,20. Rahm Glacetorte, Schwarzwälder, statt 7,20 nur 5,50 und Nougat, statt 7,80 nur 6 Franken. Zwei Flaschen Fox Citron, statt 4,20 nur 3,50. Zwei Flaschen Fox mit Thermafin, statt 3 Franken nur 2,50. Und noch morgen und am Freitag Ananas von der Côte d'Ivoire per Stück nur 3,30. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017